Heute spielen Viktor, Felix und ich den neuen Super-Hart-Mode in Roblox Stores. Werden wir es schaffen, findet es selbst heraus. Oh, der Fahrstuhl sieht anders aus. Ja, warum war der verrostet? Der darf nicht verrosten. Der ist alt. Es ist alles andere als easy? Alles andere als... Schwachsinn. Äh, ich... Was ist... Oh, als ob man sich den Scanner kaufen kann. Was ist der Scanner? Ich habe nicht mal genug Geld für den Scanner. Out of stock. Okay, man kann den sich doch nicht kaufen. Oh, warum? Äh, April-Scherze. Oh, sehr gut. So. Nein. Oh, ich habe zu viel. Ach, das Hotel. Wie sieht denn das Hotel mittlerweile aus? Ja, wir sind jetzt hier. Wir sind aber falsch herum. Wir sind aber falsch herum. Ja, nimm mal jemanden den Schlüssel mit. Ja, ich mach das. Wie bist du so dunkel? Ich bin gestorben. Hä? Was? Das war die eine einzige Sache, die mir gespoilert wurde. Ach so, okay. Du hast den Schlüssel? Woher ist er? Hier ist er. Ich... Also, ich würde mich wiederbeleben, aber ich kann mich nicht wiederbeleben. Was ist das für ein Trank? Okay, dann lass kurz restarten. Na gut. Ich habe einen Schlüssel. Du hast den Schlüssel? Ja. Passt auf den Auge auf. Ja, ich habe auch einen. Das ist kein Auge. Rush. Rush kommt. Oh, ich werde es kack abkacken. Hä? Wann kommt der Rush? Das war so knapp. Hey, das ist ein Trank. Ihr könnt den nehmen. Äh, Conny, willst du einen Trank trinken? Meiner. Trink mal. Alles gut. Ich habe Schild. Der hat Schild bekommen. Der hat Fortnite Schild? Ja, ich habe Fortnite Schild. Oh mein Gott, der hat einfach Fortnite. Ich bin Fortnite. Pass auf, das ist ein Bananen. Hä? Wie deine Zeit sitzt du wiederbeleben abgelaufen? Ja, das hatte ich auch. Das meinte ich ja. Kommt jetzt nicht ein Rush? Ah ja, da kommt was. Du Ehrloser. Oh mein Gott, der Jumpscare ist ja noch lauter. Du Ehrloser, Alter. Du hättest noch den anderen Schlank nehmen können. Ja, ich habe mich auch gewundert, warum... Ähm, da gehen wir nicht hin. Go to sleep? Wir haben kein Bett. Aua! Was soll das? Äh, Bruder? Ja, wir gehen einfach. Ich gehe einfach nach Hause. Ja, geh du mal. Ich gehe ganz langsam hinterher. Hey, lass mich in Ruhe, Screech. Nein, ich werde verfolgt. Ich muss jetzt speedrunnen. Was ist so, Alter? Er lässt mich nicht in Ruhe. Nein, Hilfe! Ah! Er hat mich. Oh mein Gott, Ambush? Du schaffst das, Felix. Ich glaube an dich. Da hast du ja immer noch... Er ist immer noch hüttelig. Oh, shit! Oh, oh! Echt, ich habe... Ich habe nicht nachgedacht. Oh, sehr viel Fortnite-Shield. Ich habe Fortnite-Shield! Nein, ich will... Ah! Ich habe ein Fortnite-Shield. Das war mein Fortnite-Shield. Ja, okay. Ich suche den Schrank. Wir haben Zeit. Hier, 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 hier. Ich verstecke. Jetzt. Hier. Normaler Rush, kein Problem. Daniel, du bist okay, ich sehe nichts. Ah! Gut. So. Dann geht es weiter, Jungs. Oh mein Gott, wie viele Augen! Das ist halt wirklich der Super-Hard-Mode. Warum ist das Super-Hard? Also, ich habe noch keinen Schaden genommen. Du etwa? Nicht rum. Bin ich einmal gestorben. Oh, ich habe Feuerzeug. Sieben, sieben, sieben. Ich habe... Ah! Nein, ich bin schon! Wie oft soll ich noch sieben sagen? Oh, nö. Ich würde mich wiederbeleben, aber es geht halt nicht. Nein! Oh, Viktor. Oh, Viktor. Du bist nur so... Da war Viktor ein bisschen unbeholfen. Ich wollte da reingehen, aber es war belegt. Es war einfach belegt. Zwölf. Okay. Also, wir haben drei. 13, 13. Hey, wir haben schon... ...due 13. Duuuh. Fortnite-Trank! Das ist nur ein Mini-Shield. Nein! Wie soll man da 100 Türen schaffen? Viel toten. Hä? Mach einfach. Bin wir dabei. Felix, mach das easy. Der ist ein Pro. Pass auf, da sind Bananen auf dem Boden. Es flackert. Es könnte sein, dass gleich Augen kommen, oder? Oh, oh. Wo ist Daniel? Daniel ist ziemlich weit hinten, glaube ich. Aber wo bist du hin? Ja. Dann sollte Daniel mal ziemlich weit nach vorne kommen. Genau. Ich schwöre, Daniel. Ist okay, Daniel. Es geht weiter, es lockert. Raum 20. Augen. Da klauen aber ein Gemälde. Du darfst das nicht klauen? Ich darf, was ich machen will. Übrigens ist ein Sack geflackert. Hey, da kommt was. Das ist wieder ein anderer. Ja, das war jetzt einfach... Das war ein Ninjago. Das war RP-Freund. 2014. Was zur Hölle ist das? Oh mein Gott! Das ist Greed. Was zur Hölle... Ah, okay, weil ich zu viel Cash sammle. Okay. Oh. Hattest du das auch geraten, oder? Ja, ja, ja. Und wir sammeln es weiter. Ja, aber ich brauche einen Schlüssel. Schon wieder. Nein, ich will das nicht sammeln. Aber das passiert doch nichts, oder? Ich will das nicht sammeln. Hör auf, du geh nicht zu sein, Felix. Ich brauche den Schlüssel. Hier schon wieder. Hä, sterbe ich jetzt gleich, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, danke. Nein. Nein. Lass mich in Ruhe. Bitte, 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 bitte. Hier, der Schlüssel, der Schlüssel. Ich hab ihn. Du hast ihn, okay. Oh mein Gott, Daniel. Ich will das nie wieder sehen. Schau mal auf die Augen. Ha, ha, ha. Oh. Du hast ein Auge. Große Auge. Oh mein Gott. Da ist eine, genau. Und dann ist da die nächste direkt vor dir, zur Tür. Welche Tür? Direkt so in Richtung Tür ist da eine. Lauf ein bisschen weiter rechts, dann ist alles gut. Pass auf, da im nächsten... Gerade aus und jetzt nach rechts. Hinter dir. Genau, da sind wieder Augen, aber ja. Ich höre einfach nur diese Musik, genau. Nein. Nein. Wir müssen wirklich Ding suchen. Ihr müsst jetzt einen Schlüssel suchen mit Augen. Warte, das ist ein Schlüsselraum? Ja. Da hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nein, der hat ihn. Perfekt. Oh, Screech. Oh, Screech ist richtig blöd in so einem Raum. Oh mein Gott, okay. Was wurde bei Steak geändert? Nix. Da wurde nix geändert. Was wurde hier geändert? Bitte, lass... Hier wurde nix geändert. Ui. Oh. Oh. Er macht den G-Post. Nein! Er kommt im Draco. Der Draco. Er hat den Draco. Er kommt im Draco. Der Draco. Warum hat das Draco? Kann ich da hinten gucken, so ein Draco, Mann? Da hinten, der Draco, Mann, kommt, aber keine Sorge, er ist langsam. Seh'n ihr nicht? Es leuchten, ich, es leuchten, ich hasse mein Leben. Ja, kein geiler Leid. Ja. Nein, ich hör' diese Maschine. Links, links, links. Oh, die B-Post, glaub ich, oder? Ja, es war rechts, oder? Oder mitte. Na, oh, oh. Tja, Daniel ist tot. Rechts, rechts, ja. Der Draco, Mann, ist so knapp hinter, der, er driftet. Alter. Oh mein Gott, durchs Feuer! Guck mal, wie er driftet. Ja, ja, einfach. Oh mein Gott! Du bist einfach durch, Digga. Gott! Das war knapp, Felix. Das war verdammt knapp. Hashtag SuperHartMode und RIP Daniel. RIP Daniel. Und es ist dunkel. Das tut weh. Ich seh nur diese Bananen und denk mir, geil. Ich seh gar nichts. Die haben Smileys. Ja. Das war's dann wohl. Das war ein guter Zock, Leute. Das war ein guter Zock. 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 Okay, was ist hier los? Oh mein Gott. Das hab ich jetzt so erschrocken. Komm einfach und stich dich ab. Hier. Was hätte ich machen sollen? Ich hole mir ne Taschennappe, weil die ist tatsächlich ganz unnötig, würde ich sagen. Oh, ich bin ne verdammte Banane. Ich hab's gehört. Und Daniel auch. Oh, ich bin ne verdammte Banane. Ich muss sehen nichts mehr. Ich hab ne Batterie gefunden. Wer braucht? Nein. Ich, ich, ich. Wo, 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 wo? Geradezu durch. Alter. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Oh, oh. Holy Grenade. Wer hat die gedroppt? Ich, sorry. Ich dachte, dass... Warum hast du die gedroppt? Ich dachte, dass ist, ähm, hier dieses Kreuz, wo man die Dinger... Nein, das ist ne heilige Handgranate. Naja. Ich bin übrigens jetzt fast tot. Ach nee. Das ist die 16. Das ist die 16. Ich geh auch direkt durch. Okay, danke. Oh mein Gott. Was soll ich machen? Ich dachte, ich soll in die 16 gehen. Oh. Ja. Aradzul spielt auch mit. Krass, oder? Ja, Aradzul darf mitspielen. Ja. Er darf das. Erizul. Yo, oh, Erizul. Was ist los mit dir? Yo, Erizul, dir geht's gar nicht mehr so gut, kann das sein? Kannst du nicht mehr sprechen? Ich hör dich gar nicht. Hä? Yo, Erizul. Ich guck die ganze Zeit nur noch auf den Boden. Oh, ah. Bananen, unten, Auge. Unten, Auge. Ach so, und Auge auch? Augen, Augen. Auge, noch ein Auge. Ja, ich guck sowieso nur auf den Boden. Komm, Spann ist da. Kein Auge, hä? Nein, Auge, wa? Wie kann es kein Auge sein? Was ist jetzt unser Weg? Naja, hatte dir... Ja, komm, du schaffst. 4, 4, 4, 4, 4, 5, Alter. Ja. Das wird ja gar nicht ausgekaspt. Hält mir gerade auf. Dann wirst du richtig. Mh, nein. Warte, gib mal in die 5. Das hat geflackert. Ich geh zu einem Schrank. Ich nehm den ganz hinten rechts. Ja. Okay, das hat tatsächlich noch ein bisschen gebraucht. Ja. Das sind übrigens Augen... Augen, wo? Ein paar Augelein. Augelein. Auge? Auge? Professor Auge? Auge? Allwärme. Warte. Haha. Ich hab einen Hebel. Das ist perfekt. Ich bin stolz auf dich dann. Oh, das ist aufgehebtet. Na! Ich bin seitlich reingesteppt. Ich hab's gewusst. Ey, ich hab so viel Schaden gehabt bekommen. Ich bin fast tot. Echt? Auge, 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 Auge. Ja, Daniel, wir wissen es, dass da die ganze Zeit Augen sind. Hey, Auge! Auge, Auge, Auge! Was, Auge? Nein, da ist ein Auge! Nein, da ist ein Auge, Auge! Oh, ich hab's sogar angeguckt. Oh nein! Ich hab nur einen Quals nehmen und das Screech. Ja, Screech! Nee, schon. Und ein Auge. Auge, Auge! Auge! So, ab und das Schwenk. Auge weg. Auge weg. Auge, wie ist er da? Auge! Da ist ein Auge im nächsten Raum. Ich bin tot von der Banane. Oh mein Gott, Daniel ist an der Banane gestorben. Das ist traurig. Das ist sad. Oh mein Gott. Das hast du nicht verdient, Daniel. Danke. Alter, das Auge ist so nah. Bitte, Auge. Ich dachte, das wäre Aresul. Nein! Aresul, du wolltest dir einfach mal sagen. Nein, ich wurde nicht von Rush getötet. Ich wurde nicht von Rush getötet. Aresul! Aresul! Aber Felix! Sie starben an Jeff the Killer. Aresul hat sich verändert. Aresul hat sich verändert. Aresul! Aresul hat dich getötet. Ich sage es nicht so, wie es ist, dass es jetzt einfach aussieht. Oh mein Gott, falsche Tür, oder? Oh, scheiße. Einfach nur noch auf den Boden gucken. Siehst du? Keine Banane weit und breit. Aresul. Aresul, jetzt bist du auf einmal wieder normal. Aresul, alles klar. Eben noch Jeff the Killer und mich töten? Er lag doch auf dem Boden dafür. Ah, ich dachte auch. Vielleicht konnte er sich wieder beleben. Ja, ich habe es diesmal nicht versucht. Pass auf die Bananen auf. Ist das auf Auge? Auge! Ganz an der Wand lang. Ja, ist abgekirrt. Es sind eine Menge Bananen. Okay, einen, einen. Okay, straightforward. Stattbar nicht. Äh, das kann eine falsche Tür sein. Ah, okay. Nein, kann sie nicht. Flaccarino, okay. Socarino, Flaccarino. Ich hätte es nicht machen sollen. Es tut mir leid, Bro. Es tut mir leid, Aradazulino. Aber deine Zeit ist gekommen. Aresul ist tot. Du hast Aradazul getötet, Felix. Er hätte vielleicht sogar wirklich noch überleben können. Ja. Aber ich dachte, du... Pass auf, du hast ein Auge. Ja, ich habe schon Schaden vom Auge bekommen. Pass auf. Oh, knapp. Da ist noch eine. Oh, das war knapp. Das war getribbelt. Das war richtig Slalom. Es sind Augen beim Auge. Ach, komm schon. Was soll denn das? Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020